Musik begleitet mich seit 40 Jahren. Ich habe als kleiner Giel mit den Platten von meinem Vater den Jazz zu lernen kennengelernt. Ich habe dann angefangen, selber zu musizieren, mit Klarinetten und zu spielen in verschiedensten Gruppen und Ensemblern. Und die Zielsetzung für mich ist, einfach immer noch besser zu werden. Ich habe sie Jörg Arme, ich bin 57, wohne in Bern, ich bin Lehrer von Beruf, gebe Musikunterricht, auch unter anderem Schülerbands, normales Singen. Musikunterricht ist auch perfekt für mich. Ich möchte als Lehrer versuchen, die Leidenschaft auf die Schüler zu übertragen, denen zu zeigen, wie das fängt, wie das lustig sein kann. Musikunterricht ist mit Janine. Also, ursprünglich war es natürlich so, dass ich tatsächlich mal eine Profikarriere in Betracht gezogen habe. Und als meine Schwerhörigkeit aufgetreten ist, ist das natürlich ins Wasser gefallen. Musik Mein Name ist Barbara Simon, und ich bin an Audiologist hier bei Bernafon Headquarters. Die Konzept der Musik ist sehr schwierig, weil es sehr complex ist. Es gibt viele Aspekte, die zu definieren, was das für eine Person ist. Das könnte ein paar Instrumente werden, was die kinder Instrumente zu spielen. Es könnte auch eine Partie sagen, wie viele Leute zusammen sind, oder sogar die Room Acoustik. Musik ist ein sehr individuelles Konzept, das macht es sehr schwierig, zu finden eine Lösung für alle. Hearing Loss acts wie ein Physiological-Auditory Filter, removingen Frequenzen und Sound-Levels von jemanden zu hören. Musik kann sehr distorted sein. Das ist deshalb, dass wir Firon entwickelt haben. Es ist klein, light-weight, und stylisch, packed with features that give people exactly what they want. High sound fidelity, with customizable settings, and a dedicated live music program, without compromising speech understanding and noise. Ohne das Musikprogramm von Viren, könnte ich meine Leidenschaft als Musiker nicht ausleben. Ich könnte nicht Musik machen. Ohne gut zu hören, kannst du eigentlich nicht gut mit anderen Leuten zusammen Musik machen. Das ist ja, ganz andere Masse erinnert sich zu hören, Ohne das ist das. Ohne das ist das. Und das ist das. Ohne das ist das. Ohne das ist das. Ohne das ist das, was wir jetzt. Ohne das ist das. Ohne das ist das. Untertitelung des ZDF, 2020